Sie hören Molly Flanagan, Der Tod bleibt über Nacht. Ein Krimi in Irland. Gelesen von Mary Lou Pohlmann. Erschienen bei Aufbau Audio im Aufbau Verlag. Be no worse than the happiest day of your past. May your hands be forever clasped in friendship, and your hearts join forever in love. Irische Hochzeitssegen Die ersten Blüten der hohen Ligusterhecken hatten sich an diesem Tag geöffnet und ihren Duft durch den Garten, über die Wiesen und Felder geschickt. Die letzten Wochen waren ungewöhnlich mild gewesen und hatten der irischen Westküste viel Sonne und Wärme gebracht. Unzählige Hummeln und Bienen waren dem Duft gefolgt und hatten sich, berauscht vom ersten Nektar, erst mit der untergehenden Sonne wieder in ihre Bauten zurückbegeben. Maura schritt den schmalen Gartenweg entlang und blieb ab und an stehen, um die milde Nachtluft zu genießen. Sie konnte nicht schlafen. Nicht ungewöhnlich für eine Frau in ihrem Alter, immerhin würde sie im nächsten Monat ihren 84. Geburtstag feiern. Aber diesmal waren es nicht nur die schmerzenden Knochen oder das rastlose Karussell ihrer Erinnerungen und Gedanken. Nicht einmal das weiche Bett in dem herrlichen Cottage, in dem sie untergebracht war, konnte ihr helfen. Denn diesmal hielt sie eine Last, die sie seit Jahren auf ihrer Seele trug vom Schlaf ab. Eine Last, die sie schon fast vergessen geglaubt hatte. Bis vor einem halben Jahr ihre Großnichte Hannah freudestrahlend zu ihr gekommen war. Sie hatte sich verlobt. Mit dem jungen Murphy. In Mauras Augen eine Liebe, wie sie nur in Irland durch das Schicksal selbst hatte zustande kommen können. Ihre Heimat hatte schon immer eine Verbindung mit den Göttern gehabt. Sie hatte Hannah ihren Segen gegeben und auch die beiden Väter des Brautpaares mit Hilfe sanfter Überredung dazu gebracht, zuzustimmen. Maura lachte leise auf. Sanfte Überredung. Pure Erpressung war es gewesen, aber manchmal rechtfertigte der Zweck doch die Mittel. Zumindest hoffte sie das sehr. Und wer wie sie so viele Jahre des Lebens damit verbracht hatte, Augen und Ohren offen zu halten, wusste meist genug, um die Dinge ein wenig zu lenken. Und meistens hast du doch die richtige Richtung gewählt, Maura. Leise mit sich selbst zu sprechen, war eine Angewohnheit, die sie schon seit vielen Jahren begleitete, die aber in den letzten Monaten immer stärker geworden war. Wieder blieb sie stehen und atmete tief ein und wieder aus. Leichter fühlte sie sich dadurch aber nicht. Wem willst du etwas vormachen? Richtige Richtung. Du hast das ein oder andere Mal zu sehr Selbstschicksal gespielt. Und damals... Sie brach ab, als sie hinter sich ein Geräusch hörte und lauschte in die Nacht. Ein Tier. Ein Igel wahrscheinlich, auf der Suche nach einer Schnecke oder einem dicken Regenwurm. Damals hatte sie auch die Dinge in die Hand genommen. Und es war richtig gewesen, oder? Sie hatte eine Menge Leid verhindert. Weil wenn du ihnen jetzt in die Augen blickst, dann überwältigt dich die Schuld. Sie hatte den letzten Satz mehr gemurmelt als laut ausgesprochen. Sogar hier, in der Unbeobachttheit des Gartens, zwischen den hohen und duftenden Hecken, fiel es ihr schwer, sich die eigene Schuld einzugestehen. Und Schuld trug sie. Es war in so vielerlei Hinsicht falsch gewesen, und sie hätte das damals schon sehen müssen. Oder vielleicht hatte sie es gesehen, aber sich entschieden, lieber das eine Leid zu verhindern, ohne Rücksicht darauf, was sie damit an neuem Leid erzeugen würde. Der süße Duft der Hecken umgab sie und hüllte sie ein. Sie würde reden müssen. Sie würde offenlegen müssen, was vor so vielen Jahren geschehen war. Aber langsam, vorsichtig, Schritt für Schritt. Maura blieb stehen und lauschte in die Nacht. Sie spürte ein Prickeln zwischen ihren Schulterblättern. Da war etwas. Oder jemand. Hallo? Sie zuckte zusammen, als sie eine Bewegung im Halbdunkel der Hecke sah. Dann lachte sie leise auf. Ach, du bist es. Hast du mich erschreckt? Beruhigt streckte sie ihre Hand aus. Dann lachte 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 sie ihre Hand aus. Vielen Dank.